So, Mikrofon läuft, Chuck. Sekunde. High-hydrated sein, sag ich nur mal. Viel Wasser trinken ist eine gesunde Sache. Außerdem kennt ihr das, vielleicht der eine oder andere, vielleicht wirklich kennt es von euch, da er selber YouTube-Videos aufnimmt. Wenn man ein YouTube-Video dreht und in einem Raum hier sitzt, wo eigentlich ja sonst kein Mensch drin ist, hat man hier links eine riesige Softbox, die unwahrscheinlich warm ist und außerdem hat man einfach permanent einen trockenen Mund, weil man so viel mit dieser Kamera redet, das ist unglaublich. Okay, worum soll es heute gehen? Ich würde sagen, das erste Video, was wir auf diesem Kanal besprechen, wird das Thema Objektive sein, beziehungsweise eigentlich gibt es für mich dann nur ein Objektiv, was jeder von euch benutzen sollte, wenn er wirklich aktiv Pferdefotos machen will. Und welches das ist, das sehen wir hier. Okay, wie ihr gerade gesehen habt, rede ich hier oder geht es hier heute eigentlich nur um das 70-200mm Telezoom-Objektiv. Bei mir ist von der Firma Sony, da ich mit der Sony-Kamera arbeite, macht es auch Sinn eigentlich, ein Sony-Objektiv zu nutzen, da diese Objektive dann am besten mit dem Body der Kamera zusammenarbeiten, was sich positiv auf den Autofokus auswirkt, auf die Bildqualität nochmal und auf die Bildschärfe. Also das sind alles so schon mal drei Punkte, warum es Sinn macht, wenn man zum Beispiel eine Sony oder eine Nikon-Canon-Kamera, was auch immer für eine Kamera man nutzt, auch die Objektive aus dem eigenen Haus nutzt, da die Bildqualität oder die Objektive mit dem Body der Kamera meistens am besten zusammenarbeiten, anstatt dass man irgendwelche Objektive von Fremdfilmen nimmt. Zumindest ist das so meine Erfahrung, was die Thematik Objektive angeht. Allerdings kann man auch andersrum wieder sagen, es gibt auch von anderen Firmen mit demselben Bayonet-Anschluss verdammt gute Objektive, die supergute Preis-Leistungs-Killer sind. Wie zum Beispiel bei mir jetzt hier das Objektiv, was mich gerade filmt, das ist ein Sigma 24-70mm. Das hätte von Sony über 2.000 Euro gekostet, das muss man einmal dazu sagen. Also ein preislicher Unterschied ist es auch nochmal sehr stark gegeben. Und von der Bildqualität und Bildschärfe ist es ähnlich wie das Sony eigene 24-70mm. Und daher habe ich mich dann dafür entschieden, da ich das Objektiv, das 24-70mm, ausschließlich für Videos nutze, wird das Objektiv für den Zweck auch reichen. Allerdings muss ich sagen, bei der Fotografie nutze ich dann doch lieber Sony-Objektive, da die, wie ich schon sagte gerade, mit dem Autofokus und so weiter am besten klarkommen und am schnellsten sind. Und genau das ist das, was ich eigentlich, wenn ich Sportfotografie betreibe, auch wirklich haben möchte. So, ich habe das Objektiv jetzt hier einfach mal in die Hand genommen. Wie ihr seht, das ist ein ganz schön großer Klopper. Wenn man das so mit meinem Unterarm vergleicht, ist es schon riesengroß, das Objektiv. Für ein Telezoom-Objektiv ist es völlig normal. Wie gesagt, bei mir von der Firma Sony, könnte auch von Canon oder Nikon sein oder halt ein Sigma. Da gibt es verschiedene Brands, dazu erzähle ich gleich aber nochmal was. Der erste Punkt ist, warum ein solches Objektiv? Ich glaube, es gibt keinen Pferdefotografen, der wirklich aktiv Fotos macht, der nicht dieses Objektiv in seinem Repertoire hat. Der erste Grund, der einfach dafür spricht, dass man sich so ein Objektiv kauft, ist der Brennweitenbereich. Von 70 bis 200 Millimeter habt ihr damit alles abgedeckt und das meistens bei einer durchgängigen Blende von 2,8. Was unwahrscheinlich cool ist, da ihr ein unwahrscheinlich lichtstabes Objektiv habt mit einem richtig geilen Zoombereich, der extrem oder enorm wichtig ist, gerade bei der Pferdefotografie. Da das Pferd ist ja nie immer im selben Abstand zu euch, sondern es reitet auf euch zu, es reitet von euch weg, es reitet von euch von links nach rechts. Und so mit diesem Telezoom-Objektiv habt ihr halt immer die Möglichkeit, so nah heranzuzoomen, wie ihr möchtet, ohne euch dabei viel zu bewegen. Das nächste Thema habe ich auch gerade schon angesprochen, und zwar die Blende. Die Blende sorgt dafür, wie viel Licht vorne durch die Linse, die hier vorne verbaut ist, durch das ganze Objektiv einmal komplett durchgeht und dann auf den Sensor trifft. Also wie viel Licht einfach durch das Objektiv auf euren Sensor kommt. Dafür ist die Blende zuständig. Hier ist es ein f2.8 Objektiv. Das bedeutet, es kommt unwahrscheinlich viel Licht durch den oder auf euren Sensor, was zum einen ermöglicht, auch bei schlechter Jahreszeit oder bei einer Dunkelheit richtig schöne Fotos zu machen. Und zum anderen sorgt es einfach dafür, dass ihr immer ein wunderschönes, sehr weiches Bokeh habt. Also dass dieser unscharfe Hintergrund, der hinter einem dann ist, oder hinter dem Objekt, was ihr fotografiert. Das ist so der nächste Punkt. Das nächste, was an so einem Objektiv sehr cool ist, zumindest bei, ich glaube, Nikon, Canon und Sony Objektiven, ist es definitiv der Fall. Und zwar, dass sie eine optische Stabilisierung haben. Das bedeutet, dass alle Linsen, die hier drin verbaut sind, in so einer Schwinge sind und Rucklagen damit ein bisschen ausgeglichen werden. Das ist zum einen ein Vorteil, weil eure Bilder einfach schärfer werden, weil weniger Bewegung bedeutet mehr Schärfe. Der nächste Vorteil ist, ihr könnt auch, wenn es wirklich dunkel ist und ihr stehende Objekte habt, die ihr fotografiert, mit der Shutter Speed noch weiter runter gehen, als ihr es zum Beispiel mit einem Objektiv machen könnt, was keine optische Stabilisierung hat. Das hat nämlich einfach was damit zu tun, wenn ihr mit einer sehr geringen Shutter Speed arbeitet und dann eure Kamera bewegt, habt ihr meistens unscharfe Bilder oder nicht so scharfe Bilder, wie wenn ihr mit einer höheren Shutter Speed arbeitet. Das ist aber ein Thema mit den ganzen Bildeinstellungen oder Kameraeinstellungen, was wir in einem weiteren Video mal besprechen werden. Na, auf jeden Fall, was so ein Objektiv auch mit sich bringt, zumindest bei den großen Brands, würde ich jetzt mal behaupten, ist eine optische Bildstabilisierung, was sehr geil ist. Der nächste Punkt, den die meisten Objektive wirklich ausmachen, da sie für die Sportfotografie konzipiert sind, sind die unwahrscheinlich schnell, was den Autofokus angeht. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich nur noch darauf konzentrieren, wie die Komposition eures Bildes aussieht, da der Autofokus zu 99% immer sitzen wird. Also, wenn ihr die Kamera richtig eingestellt habt und wisst, wie ihr mit eurer Kamera umzugehen habt, dann wird der Fokus immer so da sitzen, wo ihr ihn haben wollt und die Bilder werden vom Fokussieren her immer scharf sein. Und das ist unwahrscheinlich cool, da es Objektive gibt, die nicht so eine lange Brennweite haben, die definitiv langsamer arbeiten, was den Autofokus angeht. Ja, noch ein Grund, der so ein Objektiv ganz interessant macht, ist einfach der Spritzwasserschutz. Es soll nicht heißen, dass andere Objektive das nicht haben, aber ich kenne kein 70 bis 200 Millimeter Objektiv, was kein Spritzwasser oder was nicht Spritzwasser geschützt ist. Das bedeutet halt, ihr könnt auch bei Regen draußen noch arbeiten, ohne dass die Kamera gleich komplett kaputt geht. Natürlich nur, wenn eure Kamera das abkannt. Das müsst ihr aber dann selber mal herausfinden, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Allerdings ist bei den meisten Objektiven der Bayonett-Anschluss hier mit so einer kleinen Gummilippe versehen, die dafür sorgt, dass, wie gesagt, keine Regentropfen oder Staubkörner oder was weiß ich, im Sommer kann es ja auch zu Staub kommen, auf euren Sensor kommt und somit die Kamera beschädigt, sondern die Objektive sind halt so abgedichtet und thematisch zugemacht, dass ihr damit auch mal im Regen, Staub, was weiß ich, was ihr für Bedingungen bei euch zu Hause habt, Schnee meinetwegen, arbeiten könnt, ohne dass eure Kamera gleich kaputt geht. Ein Punkt, der allerdings dagegen spricht, sich so ein Objektiv zu kaufen, ist meistens einfach der Preis. Also mein Objektiv hier hat, habe ich mir damals zusammen sogar mit Jasmin gekauft, vor zwei Jahren, hat 2.500 Euro gekostet. Das ist natürlich eine richtige Stange Geld, wenn man gerade damit anfängt, sowieso, aber auch wenn man schon länger dabei ist. Und da kommen dann halt solche Drittanbieter, wie Sigma und Tamron und ich weiß nicht, was es noch gibt, Wildrocks meinetwegen, ins Spiel, denn die bieten Objektive mit einer ähnlichen Bildleistung oder mit einer ähnlichen Abbildungsleistung und einer ähnlichen Bauqualität und so weiter für definitiv geringeres Geld. Und wenn ihr jetzt gerade auch versuchen, nach so einem 70 bis 200 seid, kann ich euch nur empfehlen, guckt mal nach dem Sigma A 70 bis 200. Ich glaube, die haben inzwischen eins rausgebracht, zumindest für Nikon und Canon. Ich weiß nicht, ob es inzwischen auch eins für Sony gibt. Auf jeden Fall wäre das ein Objektiv, was von der Bildqualität, Bildschärfe und vom Autofokus her sehr nah an die hauseigenen Objektive rankommt und für euch wahrscheinlich sehr interessant sein könntet. Wenn ihr jetzt sagt, das ist immer noch zu teuer, gibt es noch eine Festbrennweite, die ich euch vielleicht empfehlen wäre und zwar ein 135 mm Objektiv. Das gibt es von der Firma Sigma für sämtliche Kamerahersteller fast, also sämtliche großen Kamerahersteller. Und das ist ein Objektiv, was selbst für eigene Objektive zum Teil sogar noch schlägt, was die Bildschärfe und Bildqualität angeht. Was euch da natürlich verloren geht, ist, wenn ihr so ein 135 mm kauft, das ist eine Festbrennweite. Das bedeutet, ihr müsst euch bewegen, um an euer Objekt näher heranzukommen, was natürlich wieder der Vorteil von so einem 70 bis 200 ist. Allerdings ist es vom Preis her wesentlich erschwinglicher und ihr könnt es euch definitiv besser oder leichter und schneller kaufen als so ein anderes Objektiv. Und was nochmal so der Vorteil von so einem 135 mm, zumindest von Sigma ist, ist einfach, dass es eine Blende von 1.8 hat. Das heißt, es ist noch lichtstärker, es kommt noch mehr Licht rein und es hat noch mehr Bokeh. Und es ist einfach noch schärfer, da in dieser 135 mm Festbrennweite weniger Gläser verbaut werden müssen oder müssen, um dieselbe Abbildungsleistung hinzubekommen, wie es mit einem 70 bis 200 mm Objektiv der Fall ist. Also von daher sind das zwei Alternativen auf jeden Fall schon mal für euch, die sehr interessant sind, da sie vom Preis her um einiges erschwinglicher sind. Und von der Bildschärfe und Bildqualität her definitiv mit den Firmen eigenen Objektiven mithalten können. Also guckt einfach mal bei Google, beziehungsweise ich habe euch hier unten in der Videobeschreibung auch zwei Links dazu reingepackt, zu Amazon, wo ihr einfach mal gucken könnt, ob ihr vielleicht euch ein solches Objektiv kauft von der Firma Sigma. So, ich fasse nochmal kurz zusammen, wenn ihr euch vielleicht jetzt gerade ein Objektiv aussucht, was ihr euch vielleicht kaufen wollt. Also meiner Meinung nach sind am wichtigsten oder ist am wichtigsten der Brennweitenbereich. Wenn es nach mir gehe, würde ich sagen, kauft euch definitiv so ein 70 bis 200 mm. Damit macht ihr auf gar keinen Fall irgendwas falsch. Das ist ultra vielseitig einsetzbar, auch im Videobereich, wenn ihr möchtet. Das ist gerade für die Pferde-Videografie ein sehr cooles Objektiv, da ihr unwahrscheinlich nah mit ranzoomen könnt und Detailaufnahmen damit schließen könnt. Falls euch das zu teuer ist, könnt ihr euch einen Sigma 135 mm kaufen. Der nächste Punkt, auf den ihr dann achten solltet, ist die Blende, beziehungsweise der F-Stop-Wert. So wird die Blende angegeben. Da würde ich euch definitiv dazu raten, entweder einen F2.8 oder geringer zu kaufen. Also F1.8, F1.4, wenn es das gibt. Weiß ich nicht genau. Da ihr damit massiv Bokeh einfach in euren Bildern habt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch noch mal ein bisschen was beibringen zum Thema Objektive. Viele wissen wahrscheinlich schon Bescheid, was man da so kaufen müsste oder auch nicht. Wie gesagt, das ist das Objektiv oder das 70 bis 200 ist meiner Meinung nach das Objektiv, womit ihr am meisten vergnügen und am meisten Spaß haben werdet, Bilder zu machen. Egal von welcher Firma und für welchen Kamerabody ihr es benötigt. Also von daher würde ich sagen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne noch unten in die Kommentare. Könnt ihr auch Anregungen oder was auch immer ihr gerne noch mal sehen wollt. Unten mit in die Kommentare schreiben. Die Affiliate Links, die ich unten in der Videobeschreibung habe, sind, wie ich schon sagte gerade, Affiliate Links. Damit unterstützt ihr ein bisschen den Kanal hier. Wenn ihr über diesen Link etwas kauft. Das kostet euch nicht mehr Geld. Ist nur für mich was. Ein kleiner Obolus, sag ich mal, wenn ihr über so einen Link etwas bestellt. Würde ich mich natürlich drüber freuen. Müsst ihr aber nicht machen. Rein freiwillige Sache. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns dann nächsten Sonntag im nächsten Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Das wird das Thema objektiv sein. Und zwar muss ich gönnen. So, hier gehe. Puh, puh, pah, pah. Der Ton läuft. So, Mikrofon läuft. Chuck. Sekunde.